Ja, hallo alle zusammen. Ja, ich möchte euch heute mal eine Obstwiesenplantage auf dem Lande zeigen. Mal was ganz anderes. Es blüht alles hier. Wunderbare Pracht. Ewig viele Bäume, die Bienen fliegen und es duftet. Das ist fantastisch. Ich möchte euch mal einfach jetzt durch den Obstgarten führen. Jetzt kommt wieder ein Duftschwall. Das ist der absolut tolle, tolle, tolle Wahnsinn. Ganz toll. Die Wiese blüht auch. Die Bienen sind hier auch sehr fleißig. Hier sind so kleine Bienenkästen. Die fliegen natürlich alle hier zu den Bäumen. Und da ist richtig was los hier. Aber die Ruhe auf dem Land kann ich nur empfehlen. Mal so eine positive Energie möchte ich euch rüberbringen. Wünsche ich euch auch die Ruhe, Entspannung. Das ist mal, ja, die Seele baumeln lassen, wie man so sagt bei uns hier. Wir sind hier im schwäbischen, ja, man hört es von meiner Sprache her, schwäbisch-bayerischen Raum. Ganz ländlich und ruhig gelegen. Da sagt sich abends der Fuchs und die Hasen. Gute Nacht. Aber egal, ich wünsche euch auch mal so eine positive Energie. Hier gibt es tausende von Bäumen. Das ist eine pure Pracht. Ich würde jedem wünschen, dass er hier auch stehen kann und sich voll erholen kann. So, jetzt habt ihr ganz nett Impressionen bekommen. Ich komme dann auch so langsam zum Ende. Ich zeige euch nochmal so einen schönen Baum oder Bäume. Und ja, ich sage alles, alles Gute. Bis demnächst zum nächsten Video. Und ich arbeite auch zusammen in Kooperation mit dem Videokanal AGEL. Und ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Bis dann, bis die Tage.